Was ist eigentlich Weihnachten? Ich habe mir die Frage gestellt und das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, sind die langen Schlangen an den Kassen, Menschen quetschen sich durch die engen Straßen, lassen sich durch die großen Kaufhäuser schieben. Alle sind auf der Suche nach dem perfekten Geschenk, doch am Ende, was ist denn das perfekte Geschenk? Ist es vielleicht nicht einfach nur die Zeit, die Zeit, die man mit jemandem teilt? Ist es nicht das, was Weihnachten ausmacht? Die Sinnlichkeit, die Zeit mit der Familie, vielleicht ist das, wonach alle streben, dabei ist die Lösung so nah. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und dabei gebacken. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht. Ich habe mir heute Zeit genommen, ein bisschen nachgedacht und da yapıyorsun nachgedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017